Ich werde den Boss gefasst machen. Namens Riesenspinne. Obwohl, es ist endlich die Riesenspinne ganz unsicher. Oh Gott. Komm, hau die weg! Hau die weg! Hau die! Weg. Geht nicht. Hier ist noch eine Schockwelle zu befestigen. Und noch nach vorne. Oh Scheiße. So, ähm... Gut. Kommt wegmachen. Ich weiß nicht. Das sind zwei Quests. Einmal da hin und einmal hier hin. Das ist perfekt. Ich mag, wenn alles am Schwärchen läuft. Gut, also als erstes gehen wir hier hin. Oh, 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 oh. Äh? Nach vorne stören. Alles kaputt machen. Eins, zwei, tschüss. Ich muss noch tot rein. Ich muss halt was verlangsamt. Gut, auf jeden Fall liegt hier was. In diesem Häufchen muss da was sein, oder? Der, woher wir haben ist. Achso, aber es ist nur ein Teil des Bandes. Obwohl, das brauchen wir nicht. Dann müssen wir erst mal rein. Wie lang? Da komm. Gut. Ähm... Hier liegt was. Ein Schwert. Das so gut wie nichts wert ist. Diese Stille darf man nicht trauen. Ich weiß, dieser Stille darf man nicht trauen. Aber ich will gerne speichern. Weil ich glaube, jetzt kommt er durch diese Scheißspülle. Moment, Koppel. Ich komm gleich. Ich bin beschäftigt, siehst du grad. Du 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 du. Was ist hier? Oh! Hier ist sogar alles Gutes bei mir. Das guck ich mir mal an. Sieh ich auf jeden Fall an. Oh, komm schon. Oh Gott, hier gibt's echt viel zu kaputt zu machen. Da ist noch was. Oh Gott, hier ist ja überall was. Gut, ähm, wir haben jetzt nicht Reis hinauf, oder? Habe ich irgendwas vergessen da? So, jetzt befreien wir dich komplett. Ja? Oh, ne! Oh, ich hab sogar recht, wir müssen gegen diese fette Spinne kommen. Ah, ich dachte immer, nein, nein. Das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Ausleuchten, ausleuchten! Nein! Unglaublich! Dreckige Spinne! Oh, ah, diese kleinen Schützlinge sind echt stark. Scheiße, das bin ich erst mal heilen. Bäm! Ausweichen? Ausweichen! Ausweichen! Ha! Verarsch! Verarschen! Ein Angriff nach vorne, verarscht! Eins, zwei, ausweichen, ausweichen! Und noch eine Schokolade! Heilen! Also, ich hab offline gegen die gekämpft, die hat aber nicht viel drauf. Eigentlich nur von dieser Angriff fernhalten. Doch wenn die das, wenn die dich trifft, kriegt sie Leben dazu. Scheiße, Gott. Ah, scheiße. Auf jeden Fall läuft die momentan sehr gut. Nein, ich drücke. Nein, ich drücke. Nein, nein. Ah, Ausblick. Ausblick. Schockwelle. Ah, scheiße, hab ich gekocht. Gut, äh, was haben wir hier? Geh mir schon mal mit. Was greifst du, meine Freunde, meine Brille? Hier, das war's für die Brille. Dreckiges Stück. So dreckiges Stück. Was haben wir hier? Wir haben das. Das können wir auch mal anziehen. Mal schauen, was haben wir hier? Auf jeden Fall brauche ich das nicht. Ist genau dasselbe. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Hat sie was bekommen? Gut, wo ist denn der Typ jetzt? Ach, da hängst du ja rum, du Hänger. Astronaut! Astronaut! Halt still! Ich cut you free. Meine Fanker. Die Straße ist klar. Bis wir uns wieder treffen, Lecher. Tschau, Kumpel. Auf jeden Fall, ähm... Äh... 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 Was will ich jetzt gucken? Achso. Genau. Die Quest ist abgeschlossen. Sehr gut. Dann können wir uns jetzt mal mit das hier uns beschäftigen. Keine Ahnung, ich glaube wir müssen, wie ich das verstanden habe, drei Bücher sammeln. Ein Buch haben wir schon mal und hier noch zwei weitere, die wir hoffentlich auf dem Weg finden werden. Also würde mich auf jeden Fall freuen, weil ich hätte endlich mal diese dämlichen Nebenquests fertig und müsste mich nicht mit diesem Dreck beschäftigen. Also würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich mich nicht mit dem Weg finden werde. So, wo lang? Wo lang? Wo lang? Wo lang? Wo lang? Ähm... Ja. Gut. Erstmal wieder speichern. So, der Zeiger zeigt mir... Wir werden angegriffen. Sehr schön. Wo lang jetzt? Okay, da lang. Und mein Typ hat schon wieder einen Level-Up-Gleich. Das ist ja... prima, fantastisch, läuft... ...wie am Schnürchen. Aber gegen diesen kleinen Minispin habe ich gekocht. Nein, der kriegt mich nicht. Ah, Mann, ich hab keine Angst mit euch zu betteln. Jetzt bin ich wieder verlangsamt. Also, wie gesagt, wenn sich jemand fragt, dass Yu heißt, wir sind langsamer geworden. Das heißt, alle unsere Handlungen dauern länger. Wie bei denen. So, wir wollten hier aber nicht lang. Wo müssen wir denn lang? Der Pfeil sagt... Oh, der Pfeil sagt erstmal, dass sie aufheben. Gut. 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 Das ist besser. Ziehen wir an. Was ist das für ein... Ah, ich sehe schon mal den ersten Kreis da oben. Oh, zwei Kreise. Super. Das läuft hier. Und was ist das für ein Pfeil? Oh mein Gott. Was ist das schon wieder für ein Pfeil? Was ist das für ein Oger? Ist das für ein Oger? Sieht so aus wie ein Oger, erinnert mich so ziemlich genau. Ich bin kein Oger-Experter, aber er ist hier auch für ein Oger. Ja. Mal, ich verlangsamt erstmal. Bam. Bam. Eins. Zwei. Drei. Langsam musst du aber sterben. Langsam. Unser Oger ist tot. Brauchen wir nicht. Und wir sind wieder in Level Up. Das gibt's doch gar nicht. Okay, wir haben das zweite Band gefunden. Wo befindet sich denn das dritte Band? Okay, erstmal wieder verteilen. Das... 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 Das sieht so schön aus. Das nehmen wir mal. Sie kann Wiederbelegung mal erlernen. Oder was es auch immer sein soll. Das nehmen wir... Das kann sie mal erlernen. Gut. Ähm... Das... Das... Das ist glaube ich die Aufgabe. Weil sonst... Der Fall zeigt sonst nicht, dass wir da hin müssen. Enden wir erstmal hier lang. Uuuaah... Gut. Ha! Da sehe ich ja schon den letzten... Kreis. Oh ne... Nicht so ein... Oh mein Gott! Das ist schon wieder so ein Fallis-Time. Und es ist irgendwie rot. Oha! Jungs, Jungs, Jungs! Übertreib mal nicht mit dem Schaden, ne? Das Bief scheint nicht gerade sehr... Zahm zu sein, wie... Ich muss mal aufpassen, dass es irgendwie größer... Und hässlicher! Darauf... Oh, ein Stein! Boah, Junge! Übertreib mal nicht! Boah! Boah! Neunundneunzig! Du musst mich verarschen! Ja... Mehr als ich dachte... Gott sei Dank stimpft du gleich! Nein! 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 Heil, heil, heil! Wirf deinen Stein auf mir! Bist du krank? Nein! Knapp, knapp! Ich bin sogar beinah verreckt! Oh mein Gott! Dreckiges Viech! Mal was für die Brust bekommen! Das ziehen wir an! Meine Fresse war das Viech gefährlich! Es hat mich ja beinah umgelegt! Okay, hier haben wir das letzte Band! Hier haben wir eine Truhe! Mit... Geld... Und Schuhen! Oh nein 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 nein! Achso, die Quest wollte ich mir mal anschauen! Okay, das heißt wir müssen jetzt zurück zu seiner Leiche vielleicht! Aber zuerst schauen wir uns mal an was wir dort bekommen haben! Ach... Achso, Schuhe die Scheiße sind. Gut. Kiste... Naja... Wohin müssen wir denn? Okay, wie ich mir schon gedacht habe, wir müssen zurück! ... du 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 dues du 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 gut 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 dann hätten wir glaube ich das sollte erst mal die letzte Nebenquest sein die wir hier annehmen können ich habe nämlich kein bock noch weitere zu machen Das kostet einfach nur Zeit und ich möchte auch eigentlich mal mit der Haufkost vorankommen. So, Typie, wohin mit diesen Büchern? Okay, wir müssen wieder rein. Alles klar. Aufmachen, aufmachen. Okay, was ist? Okay, ich sehe da nichts. Scheiße, lass mich mal durch. So, was ist denn hier? Ist doch nichts. Achso, vielleicht weiter oben. Nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, ich gehe dir nach oben. Ja, 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 ja. Gut, was ist denn hier? Oh, das war also unsere Belohnung. Die drei Bücher schienen für die Hauptquester, äh, für die Nebenquester zu sein. Was haben wir hier drin? Eine fette Truhe. Toll, mit irgendetwas, was ich gar nicht gebrauchen kann. Ah, ein Ring. Ein Ring. Ein Ring. Das könnt ihr theoretisch brauchen. Oha, also keinen guten Wert hat das Teil. Dann hat sich das doch wenigstens gelohnt. Und ich müsste jetzt mal speichern und eine Auflage-Pose machen. Und ich würde sagen, hier machen wir dann das nächste Mal weiter. Und ich würde sagen, hier machen wir dann das nächste Mal weiter. Und endlich mit der Hauptquester versprochen. Bis dahin, see ya Leute! HAHA HAHA HA A